Hallo zum E-Mobility Update am Dienstag, den 16. Juli. In unserer Sendung gibt es heute die überraschend hohen Preise der Kooperation zwischen Aral und dem ADAC. Außerdem melden wir steigende Elektroverkäufe bei BMW und fallende bei Mercedes. Los geht's. Die BMW Group hat im ersten Halbjahr über 190.000 batterieelektrische Autos abgesetzt. Der Großteil davon wurde im zweiten Quartal ausgeliefert. Getrieben wurde das Wachstum von fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr vor allem von der Kernmarke BMW. Denn von den genau 190.622 E-Autos der BMW Group entfielen knapp 180.000 Fahrzeuge auf die Marke BMW und nur etwas über 11.000 E-Autos auf Mini und Rolls Royce. Damit konnte auf das erste Halbjahr gesehen die Marke BMW mit einem Plus von 34,1 Prozent stärker zulegen als der Konzern. Und auch vom ersten auf das zweite Quartal ist der Elektroabsatz der BMW Group gewachsen. Zum Jahresauftakt konnte das Unternehmen knapp 83.000 E-Autos ausliefern. Zwischen April und Juni waren es schon fast 108 rein elektrische Fahrzeuge. Nach dem Rekordquartal zum Jahresende 2023 bedeutet das immer noch das zweitbeste Quartalsergebnis bei den Elektroauslieferungen für die BMW Group. Ebenfalls positiv in der Halbjahresbilanz, der Anteil elektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz der BMW Group steigt stetig. Im zweiten Quartal waren 17,4 Prozent aller ausgelieferter Fahrzeuge rein elektrisch. Deutlich mehr also als im Vorjahreszeitraum mit 14,1 Prozent oder auch dem ersten Quartal dieses Jahres mit 13,9 Prozent. Interessant, ein bestimmtes Elektromodell, das im zweiten Quartal oder ersten Halbjahr ein herausragend gutes Ergebnis erzielt hat, erwähnt BMW in seiner aktuellen Elektrobilanz nicht. Sonst haben die Münchner gerne den Erfolg einzelner Modelle besonders hervorgehoben. Die Mercedes-Benz Group hat im zweiten Quartal rund 51.000 Elektroautos ausgeliefert. Also nur rund halb so viele wie die BMW Group. Auf die PKW-Sparte entfielen dabei 45.800 batterieelektrische Autos. Auch im gesamten ersten Halbjahr ging der Elektroabsatz bei dem Stuttgarter Autobauer zurück. Im Vergleich zum ersten Quartal konnte die PKW-Sparte, also Mercedes-Benz Cars, ihre Elektroauslieferungen nicht halten. Zum Jahresauftakt wurden noch 47.500 Stromer mit Stern ausgeliefert. Im zweiten Quartal waren es mit 45.800 Einheiten rund 4 Prozent weniger. Auf Konzernebene, also der Mercedes-Benz Group, stieg der Elektroabsatz von April bis Juni um 500 Fahrzeuge auf 51.000 elektrische Autos und Vans. Das war immerhin ein kleines Plus von einem Prozent. Bezogen auf die Marke Mercedes liegt der Elektroanteil somit bei 9,2 Prozent. Auf Konzernebene sind es sogar nur rund 8,5 Prozent. Zum Vergleich, bei der BMW Group waren es im zweiten Quartal 17,4 Prozent und sechsstellige Elektroauslieferungen. Wir schauen nach dem Quartal noch kurz auf das Halbjahresergebnis der Stuttgarter. Der Rückgang der Elektroauslieferungen bei Mercedes-Benz Cars bedeutet auch, dass im ersten Halbjahr nur 93.400 elektrische Mercedes-Pkw ausgeliefert wurden. Das waren 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Konzernebene, also inklusive der Vans, gingen die Elektroauslieferungen um 16 Prozent auf 101.600 Fahrzeuge zurück. Mercedes gibt an, dass sich der Hochlauf von Elektrofahrzeugen in wichtigen Märkten verlangsamt habe. Das erklärt allerdings nicht, warum der direkte Wettbewerber BMW bei vergleichbaren Verkaufsgesamtwerten im Elektrobereich so viel erfolgreicher ist und sogar deutlich zulegen konnte. Mercedes scheint beim E-Auto nicht auf Kurs. Nach der Trennung von der EnBW setzt der ADAC ab August sein Ladeangebot mit Aral Pals fort. Gestern haben die Partner die neuen Konditionen verkündet. Nach einem Sonderpreis zum Auftakt mit 51 Cent gibt es ab Oktober die Kilowattstunde ab 57 Cent. Die Elektroauto-Community hat eher ablehnend reagiert. Aber der Reihe nach. Zum Auftakt des neuen eCharge-Angebots gibt es zwei Monate lang Sonderkonditionen. Im April und September zahlen ADAC-Mitglieder über eCharge 51 Cent je Kilowattstunde, egal ob es sich um AC- oder DC-Ladepunkte handelt. Ab Oktober werden dann an den Ladepunkten des ADAC-Partners Aral Pals 57 Cent berechnet. Im Roaming, also an Ladepunkten aller anderen Anbieter, werden dagegen stolze 75 Cent je Kilowattstunde fällig. Die Zeiten einheitlicher Preise über alle Ladesäulen hinweg sind also auch beim ADAC-Fahrstromangebot vorbei. Umgekehrt bedeutet das, über ADAC eCharge gibt es 4 Cent Rabatt je Kilowattstunde im Vergleich zu den eigenen Tarifen von Aral Pals. Dort werden an DC-Ladepunkten mit mehr als 50 kW Leistung 61 Cent berechnet. Im Roaming sind es sogar 79. Wichtig zu wissen, die Blockiergebühr bei Aral Pals beträgt 15 Cent pro Minute. An AC-Ladepunkten wird sie berechnet bereits ab 120 Minuten, bei DC-Ladepunkten ab 45 Minuten. Allerdings weist Aral darauf hin, dass die Gebühr nicht für alle Ladestationsbetreiber anfällt. Es gibt also auch Ladepunkte ohne die Zusatzgebühr. Welche das sind, kann in den Stationsdetails in der App eingesehen werden. Man muss beim Laden mit ADAC eCharge also gut aufpassen. ADAC-Mitglieder, die das Angebot nutzen wollen, müssen sich hierfür neu registrieren. Zuerst muss die Aral Pals app heruntergeladen und ein Benutzerkonto erstellt werden. Anschließend kann im Menüpunkt Profil der ADAC eCharge-Tarif ausgewählt werden. Zur Verifizierung muss dann die ADAC-Mitgliedsnummer hinterlegt werden. Erst damit ist der neue ADAC eCharge-Tarif aktiviert. In den Kommentaren auf unserer Website, aber auch im YouTube-Kanal von Nextmove zeigten sich gestern viele Menschen enttäuscht von den hohen Preisen der neuen Kooperationspartner Aral und ADAC. Heute startet in Thüringen der dritte Förderaufruf zum Aufbau von Ladeinfrastruktur. Dieses Mal werden über das Förderprogramm namens eMobilInvest insgesamt 2 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld kommt aus dem Budget des Umweltministeriums und soll vor allem für den ländlichen Raum ausgegeben werden. Dieser klare Fokus unterscheidet den neuen, auch von den zwei bisherigen Förderaufrufen. Laut dem Ministerium sollen bevorzugt Wettbewerbsbeiträge gefördert werden, wenn die Ladesäulen für möglichst viele Menschen im Alltag erreichbar sind. Genannt werden beispielsweise dicht besiedelte Wohnquartiere, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsstätten mit öffentlich zugänglichen Parkplätzen, Park-and-Ride-Parkplätze, aber auch touristische Orte. Das Stichwort ist hier übrigens Wettbewerbsbeiträge, denn es handelt sich im ersten Schritt noch nicht um Förderanträge wie sonst üblich. Der eigentlichen Antragstellung wird ein Wettbewerbsverfahren vorgeschaltet, um eben eine Vorauswahl auf den gewünschten Fokus zu treffen. Wettbewerbsbeiträge können bis zum 15. September bei der Thüringer Aufbaubank gestellt werden. Die ausgewählten Beiträge werden in der Folge aufgefordert, einen Förderantrag zu stellen. Gefördert werden sowohl Normalladepunkte mit bis zu 2.500 Euro als auch Schnellladepunkte bis 100 kW mit bis zu 10.000 Euro. Maximal werden 60 Prozent der Kosten für Montage und Installation sowie den Niederspannungsanschluss und dazugehörige Pufferspeicher übernommen. Die Ladestationen müssen mit Ökostrom betrieben werden. Und zum Schluss blicken wir nach Österreich. Kärntens Landeshauptstadt setzt dort ein gefördertes E-Carsharing um. Das Projekt hört auf den Namen Share4U. Dabei sollen zunächst 30 Elektrofahrzeuge an 30 Standorten zur Miete bereitgestellt werden. 22 kommen von der Stadt Klagenfurt und 8 von privaten Kooperationspartnern. Bei den Fahrzeugen handelt es sich aktuell um die Modelle Renault Twingo, Peugeot E208 und Peugeot E2008. Geladen werden können die Elektroautos an einem der insgesamt 35 Ladepunkte, die sich auf die Standorte verteilen. Bei der Anzahl der Fahrzeuge und Standorte soll es aber nicht bleiben. Ziel ist der weitere Ausbau der Flotte auf 120 E-Fahrzeuge an 50 Standorten in Klagenfurt und Umgebung. Damit die Fahrzeuge auch gemietet werden können, bringt der Partner Avant Car sein E-Carsharing-System Avant2Go mit ein. Über eine App können die E-Autos dann ausgeliehen werden. Das Unternehmen ist bereits in mehreren europäischen Städten aktiv. In Slowenien und Kroatien sind derzeit insgesamt 600 E-Fahrzeuge in Avant2Go integriert. Mit Klagenfurt kommt nun eine weitere Stadt in Europa hinzu. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ihnen hat's gefallen? Dann spendieren Sie uns gern ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Die nächsten News und Highlights der Elektromobilität gibt's morgen. отправ sie in Oregon. Immer spannen Sie uns also